Hallo, ich bin der Harry von Naito Snowboards und ich darf euch heute den Futura TLS vorstellen. Der Futura TLS ist ein mitpreisiger Damen-Snowboard-Boot, der mit einer guten EVA-Gummi-Außensohle ausgestattet ist, damit ihr an dem nötigen Halt habt, auch auf nassen, rutschigerem Untergrund. Der Futura TLS hat unser TLS-Schnürsystem, sodass man den unteren Teil getrennt vom oberen schnüren kann und genau an eure anatomische Fußform richtig anpassen und zuschnüren kann. Dann haben wir beim Futura von der Härte her, von einer 10-stufigen Skala, wieder so bei 5, genau in der Mitte sein. Also eine gute Kombination aus Halt und Komfort. Und ansonsten haben wir auch hier noch unser innenliegendes Trapez-Schnürsystem für den Innenschuh. Der Innenschuh ist auch hier wieder aus Thermo-Foam-Material. Thermo-Foam hat eben die Eigenschaft, dass es sich durch eure Körperwärme an eure Fußform anpasst. Dann haben wir hier auch das Relay-System von der Innenschuh-Schnürung. Wie gesagt, das geht in Kombination mit dem innenliegenden Schnürsystem an der Außenschale, sodass beides eben dann zu einer Einheit zusammenwächst und ihr den nötigen Halt habt. Um diesen Halt noch zu unterstützen, gibt es auch hier die Latexil-Bads, die hier im Fersenbereich verarbeitet sind, damit ihr auch hier den nötigen Fersenhalt habt. Alles in allem ein sehr, sehr guter, mitpreisiger Damenboot, der die ganzen Nitro-Features alle noch mit an Bord hat und sicher euch durch den Winter bringt und ihr den nötigen Komfort und die Steifigkeit in einem Boot habt. Bis zum nächsten Mal.